ja hallo hier ist wieder tuxoche.de willkommen auf meinem video kanal heute möchte ich euch einen stativkopf vorstellen der relativ kompakt und klein ist und der hier gerade seht wir in den fahrten erkennen konnte handelt es sich hierbei um den small rig 34 57 einen sehr kompakten fluid video kopf jetzt wird man sich natürlich fragen so klein kann das überhaupt was sein ich habe den kopf nehmen das mal hier ist noch so wie ich es transportieren würde hier auf meinem fall so reisestativ montiert und da zusätzlich das erlaubt mir dann gleichzeitig eventuelle unebenheiten auszugleichen auf einem akersp 0 kugelkopf und ihr seht das teil ist wirklich sehr schön kompakt und klein und das war genau die motivationslage mit diesem kopf zu kaufen der mit 100 110 euro je nach anbieter relativ preiswert ist er ist wie gesagt sehr sehr kompakt kann er aber dann mit größeren video köpfen wie man zum beispiel von manfrotto oder anderen herstellern kennt mithalten ich werde den jetzt mal hier so neigen und dann sieht man hier als erstes von den ausstattungsmerkmalen können wir hier noch eins so immer hier einen schwenk arm den wir dann so herunter drehen können oder auf die andere seite drehen können so wie wir es gerade für unseren schwenk brauchen was das schöne an dem kopf ist im gegensatz zum beispiel zu den größeren manfrotto köpfen ist dass er hier am kopf nämlich ein standard akers wiss hat das heißt ich kann ohne große probleme meine lumix kamera die ja über einen entsprechenden elwinkel verfügt oder jede andere kamera einfach nur mit einer akka kompatibel platte hier drauf setzen und bin dann schon ja wieder im geschäft während die größeren video köpfe die etwas längere schon platten haben wie man sie zum beispiel von manfrotto erkennt die dann auch er dann auf video kameras ausgelegt sind ich kann dann hier oben auch noch zusätzlich das hier mal los drehe die basis drehen und kann hier an diesem knopf die basis zu bett zusätzlich noch nach vorne und nach hinten schieben damit kann ich also geringfügige unterschiede bei der kamera ausgleichen um die wieder so in die waage zu stellen dazu möglichst wenig aufwand dann die kamera in der waage gehalten wird und dann die ja schwenks bei einem video drehen dann einfach noch weicher werden letztendlich dann hat der kopf hier unten natürlich noch eine schraube und damit er sich drehen kann und ich weiß jetzt nicht auf welcher seite doch hier ein standard viertel zoll gewinde dort kann man einen magic arm wie man sie auch von small recant montieren um zum beispiel gleichzeitig dann hier auch einen externen monitor oder anderes zubehör auf dem kopf zu befestigen ja für mich hat der kopf den großen vorteil wie gesagt ak swiss es passt meine lumix mit dem mit der normalen schnell wechsel platte oder auch einem l winkel rein ich kann den kopf so wie er ist auch relativ gut für foto benutzen das heißt mit dem l winkel hochformat aufnahmen und so weiter stellt alles kein problem da und auch in der praxis wie ihr hier sehen könnt fallen schwenks wirklich nicht schwer es ist natürlich man muss das zugeben kein kopf für 3400 euro die dann noch etwas ja weicher sind die aber dann auch zum mitnehmen erheblich schwerer sind irgendeinen kompromiss muss man hier machen und ich denke mal da ist das maul rick mit seinem gewicht von knapp 514 gramm oder in der größenordnung ein sehr sehr guter kompromiss der gerade in der kombination mit einem reisestativ wie hier sehr sehr gut passt und ihr habt das ja gerade gesehen das passt selbst zusammen geklappt noch alles zusammen so dass ich da eine sehr kompakte größe habe und ich kann das reisestativ so zusammen geklappt natürlich auch noch in die zugehörige tasche stecken ja für mich ist dieser kleine video kopf absolut ideal weil man da kleinere schwenks egal ob hoch oder runter oder und natürlich eine horizontale ebene mit der kamera hinbekommt ihr habt das gerade gesehen in beispielen was ich jetzt noch nicht probiert habe ich weiß jetzt nicht ob das so unbedingt mit dem kleinen kopf funktioniert wäre zum beispiel ein entsprechender schwenk mit dem 70 300 mm von panasonic was ein gutes stück schwerer ist aber selbst wenn das nicht klappen würde würde ich den kauf dieses kleinen kopfes trotzdem nicht bedauern für die 110 euro circa ist er absolut sein geld wert er soll angeblich bis zu fünf kilogramm tragen wie gesagt bei solchen angaben egal von welchem hersteller bin ich immer sehr sehr vorsichtig und halbiere die mal für meine zwecke aber dann liege ich mit der lumix s5 und im kit objektiv oder auch im anderen objektiv immer noch ist in einem sehr sehr guten ja man kann ruhig sagen grünen bereich ja zusammenfassend kann man sagen er ist durchaus sein geld wert wer allerdings wie soll ich jetzt mal nennen mehr ernsthaft video machen möchte ist natürlich mit einem größeren video kopf erheblich besser bedient der noch sanftere schwenks erlaubt und der ort zum beispiel eine noch bessere austarierung der kombination kamera und objektiv erlaubt wie das hier der fall ist durch den kleinen schwenk arm fallen die schwenks auch sehr sehr leicht man kann auch den schwenk abend noch mal ausziehen teleskop artig in drei stufen so dass er eine entsprechende länge aufweist man selbst von dem von der kamera entsprechend weit entfernt bleibt ja das war meine kurze kleine vorstellung zu dem small rig 34 57 ein wie ich finde recht guter kopf für dieses geld zumindestens man muss natürlich diesen kompromiss zwischen geld einerseits geringem gewicht und der funktionalität immer schließen an der stelle aber ich denke mal für jemanden der da viel auf reisen mit unterwegs ist und einen solchen video kopf der es einfacher erlaubt mal kleinere schwenks auch von einem reisestativ auszumachen ist dieser kopf sehr sehr gut geeignet ja wenn er zu dem thema noch fragen habt könnt ihr die natürlich gerne in die kommentare stellen oder auch in die kommentare zu dem passenden blog eintrag und wenn das video ein klein wenig hilfreich war würde ich mich natürlich über eine entsprechende gefällt mir markierung des videos freuen und noch mehr würde ich mich natürlich freuen wenn er hingeht und den kanal einfach abonniert dann vergesst aber bitte unten die glocke nicht und drückt die dann erhalte jedes mal eine benachrichtigung sobald ich ein neues video hochlade ja wie gesagt das war es von mir zum small rig 34 57 und mir bleibt nichts anderes übrig als zu sagen bis zum nächsten mal ciao tux oche